zusammen ich bin es mal wieder und ja willkommen zu einem weiteren podcast jetzt sogar live im stream extra stream noch mal kurz neu gestartet damit es ein bisschen einfacher ist von upload und ja in dieser ich denke mal relativ kurzen ausgaben möchte ich über ein thema sprechen was die meisten wahrscheinlich mitbekommen haben nämlich dass der patch 8.2.5 für ja retail ja ich weiß zwar der running gag im moment der spiel schon retail ich selbst spiele kein retail seit dem release von classic aber also patch 8.2.5 wird einigen leuten extrem viel spaß bereiten selbst wenn man das gameplay und so weiter immer noch als lächerlich und schlecht und wie auch immer meint irgendwie ein ja im einteilen oder bewerten zu wollen das gute an patch 8.2.5 ist nämlich etwas was blizzard in der form so noch nie gemacht hat sie wenn man so will gaten nämlich ihre story das heißt sonst ist so es kommt ein patch auf die ptr server beziehungsweise auch schon vorher gibt es den patch in den im data mining also sprich innerhalb der dateien selbst und dann ist es so dann kann man durch data mining also vor allem wow hat und andere seiten sind also in der lage sich solche dateien in dem sind raus zu suchen und daraus daneben schlüsse zu ziehen also findet man zum beispiel audi dateien oder videodateien oder man findet bestimmte text dateien ja wo zum beispiel drin steht irgendwie was magny bronze beard zu keine ahnung zu der mother sagt innerhalb von uldia oder was auch immer und durch diese dateien die man in dem sind schon vorher bevor der ptr überhaupt live geht schon raus finden kann ist eigentlich immer alles schon gesagt das heißt man muss nur ein paar tage vorher ein bisschen auf wow head schauen oder auf emmo champion oder wo auch immer und schon weiß man eigentlich wie die story verlaufen wird dieses mal sieht blizzard das jedoch ein bisschen anders sie versuchen die story so lange wie möglich geheim zu halten ich denke mal das liegt auch ein bisschen daran dass die letzte zeit ziemlich viele leaks in dem sind im umlauf waren und diese leaks sind eben extrem wichtig was ja die zukunft von ww anbelangt es geht zum einen um patch 8.3 da kann ich gleich noch kurz was zu sagen und natürlich um den shadowlands league also sprich um die nächste erweiterung und von daher glaube ich ist ihnen das super bewusst dass sie diesmal extrem vorsichtig sein müssen klar natürlich die leaks kommen wahrscheinlich von irgendwelchen mitarbeitern von daher ist es immer schwierig für blizzard sowas von vornherein auszuschließen aber auf der anderen seite und das ist viel viel wichtiger sie probieren es zumindest dass man nicht direkt weiß wie es weitergeht wir kommen also zurück zu einem zeitpunkt in dem kann man schon sagen retail meint relativ brach liegt also wenn ich mal auf meine freundesliste so schaue sehe ich dass ziemlich viele leute ziemlich viel classic spielen und wie gesagt ich spiele es seit 27 august jeden tag begeisternd immer noch und das ding ist halt einfach trotzdem hat bfa etwas was classic nicht hat und das ist einfach diese überragende story man kann von bfa und von den features und von den weiß ich nicht allen expeditions und warfronts und da kann man alles irgendwie oder hier ähm as a right farming da kann man super kritisch zu sein aber es gibt glaube ich wirklich nur ganz wenige die sagen dass die story beziehungsweise wie sie die story umgesetzt haben wie sie die präsentiert haben innerhalb von bfa dass das irgendwie in irgendeiner form schlecht ist man kann sagen ja aber ich mag die story nicht weil ich habe es nicht so mit den alten göttern und bin auch nicht ein großer fan von diesem krieg zwischen allianz und horde und ich bin auch nicht so ein riesen fan davon dass man wieder charaktere wie stride zurück holt kann man alles sagen aber wie sie es präsentieren nämlich in einer ja in sich geschlossenen ähm kampagne nämlich der kriegskampagne der war campaign das ist meiner Meinung nach etwas was man also was ich gerne auch im hinweg auf serien als top notch bezeichnen also das ist für mich in keinster weise noch steigerbar vielleicht kann man das noch mehr mit videos untermalen und vielleicht kann man das noch ein bisschen schöner design aber ich mag einfach diesen diese idee dass du immer wieder in dem sinne innerhalb der story vorankommst dass du also den anderen mvg ist dass du eben eine klare haupt story hast eine main story und dass die in dem sinne durchspielen kannst und alles andere ist in dem sinne davon dann unabhängig das heißt ob du jetzt hier die neben missionen machst ob du neben quest annimmst es liegt an dir selbst aber wenn du nur die main story machst bekommst du das meiste mit und gestern war wo weihnacht und da war auch craft mit dabei im interview und craft kennen ja wahrscheinlich viele das ist ja vor allem so im deutschsprachigen raum der nobel wenn man so möchte vor allem wenn es um die lore geht und ich finde das was er gesagt hat oder in diese richtung die er da einschlagen wollte das finde fand ich in vielen dingen genau richtig denn er hat ihm gesagt ja keiner weiß ja genau wie es weitergeht wir haben halt die leaks aber für die leaks da spricht das und das und da spricht wiederum auch einiges dagegen und interessanterweise will blizzards in dem sinne jetzt genau dass wir genau dieses fragezeichen eben so schnell nicht entschlüsseln der jeremy fiesel hat auf twitter geschrieben und das ist relativ groß geworden der tweet wenn man so möchte also relativ im vielem umkreis oder umlauf gewesen so nach dem motto so revolution will not be data mind die revolution wird nicht durch data mining herausgefunden jetzt die frage was meinen diese mit revolution revolution ja okay also es kann sich natürlich darauf beziehen dass wir es mit der story zu tun haben also mit der kriegskampagne es kann sich auch ein bisschen darauf beziehen inwieweit jetzt eine revolution stattfindet nämlich etwas was es in der form so nicht gegeben hat wie sie story präsentieren oder wie sie story versuchen vor eben data mining in dem sinne fernzuhalten und wenn das nämlich klappt in anführungsstrichen dann haben wir nur noch die leaks das heißt wir müssen als außenstehende darauf vertrauen dass irgendwelche leute irgendwelche informationen preisgeben ob auf reddit oder auf 4chan oder wo auch immer das war in der form so nicht gegeben früher also spricht man hat einfach alles rausgefunden und wenn sie das jetzt schaffen wenn sie das vielleicht in dem sinne jetzt diese revolution ist wenn also dieser tweet vielleicht sogar zweideutig gemeint ist zum einen wie sie versuchen die story vor diesem 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 data mining fernzuhalten aber auf der anderen seite wie eben auch die revolution im himmelk aus syvanas jetzt stattfindet das ist eben die große frage und jetzt kommen wir nach langer einleitung zu patch 8.2.5 was macht denn patch 8.2.5 sie beenden die kriegskampagne und jetzt fragt man sich warum sollen die jetzt schon die kriegskampagne beenden ganz einfach weil patch 8.3 in dem sinne wohl davon also eine weiterführung sein soll oder dem diesem sinne der krieg wird offiziell durch das was jetzt in patch 8.2.5 passiert und der patch ist an sich relativ klein gehalten also ist ja eigentlich vor allem nur für 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 goblin spieler beziehungsweise für worgen spieler interessant weil es die neuen animationen gibt die neuen skins aber sonst ist es eher so und party sync ist auch ganz nett dass man halt irgendwie unabhängig von der stufe dass man miteinander zusammenspielen kann ist auch ganz nett aber das war's eigentlich also der hauptfokus liegt ganz klar auf der story und sie müssen jetzt einfach hinbekommen und das habe ich ja schon des öfteren kritisiert weil ich mag zwar wie sie die story präsentieren ich mag auch wie die kriegskampagne an sich verläuft was mir allerdings nicht gefällt ist dass du halt innerhalb von bfa eine klare zweiteilung hattest du hattest einmal die kriegskampagne vor allem hier der fokus auf anduin ren und sylvanas windrunner und auf der anderen seite hattest du alles was sich auf die alten götter bezieht beziehungsweise auf aschara natürlich gab es da in dem sind auch schnittpunkte schließlich sind wir erst mal durch sylvanas vorgehen wenn man so will überhaupt nach aschara also nach nasa tage kommen ja und so weiter und so fort natürlich gibt es hier auch gewisse überschneidung aber im großen ganzen haben sie versucht dass in bfa so zwei große story stränge haben sie haben auch viele nebenstränge noch aber das sind die zwei großen und die müssen sie jetzt irgendwie ich würde mal sagen mit patch 8.2.5 werden sie einen dieser großen story stränge vielleicht sogar beide einfach jetzt komplett beenden heißt also es kann sein dass wir nach diesem patch von lady aschara von nesos von irgendwas mit den alten göttern nicht mehr viel zu tun haben es sei denn es geht um um rassion also um 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 furorion also die story die mit ihm zu tun hat die natürlich auch mit den alten göttern zu tun hat auch mit nesos zu tun hat aber die trotzdem in dem sinne ein bisschen unabhängig davon zu sehen ist dass wir davon wahrscheinlich nicht mehr viel sehen werden und es kann auch gut einfach sein dass es jetzt dazu kommt dass einfach sylvanas irgendwas macht was keiner weiß was so krass ist dass in dem sinne diese revolution die jeremy fiesel die angesprochen hat ich glaube ja immer dass dieser tweet wirklich zweideutsch gemeint ist dass diese revolution in dem sinne jetzt in dem sinne stattfindet und es eben keine kriegskampagne mehr geben kann weil die allianz und die horden charaktere also sprich die großen npcs zusammenarbeiten müssen um sylvanas herrschaft zu beenden von daher muss etwas passieren was keiner bis jetzt so in der form vielleicht weiß man klar man kann es erwarten aber es weiß halt keiner und vor allem kommen in diesem zusammenhang muss man dem sind zwei wichtige cinematics ansprechen wir haben einmal und das weiß man aufgrund des data mining es gibt ein cinematic das ist glaube ich drei minuten 16 oder so auf jeden fall ein bisschen mehr als drei minuten und eins ist über sechs minuten ich persönlich glaube dass das sechs minuten video ein super langes cinematic wahrscheinlich wird einfach die kriegskampagne beenden das wird das letzte video der kriegskampagne sein und dieses drei minuten video wird wahrscheinlich irgendwo am anfang oder dazwischen stattfinden die frage die ich mir stelle ist und das kann ich mir nicht ganz vorstellen wird blizzard beziehungsweise ich gehe davon aus dass sie es so machen werden sie die story nach und nach freischalten ich glaube nicht dass wir am ersten tag in einer von paar minuten die gesamte story zu sich bekommen ich glaube dass patch 8.2.5 damit es nicht zu langweilig wird ein bisschen gestaffelt wird und dass wir am anfang sagen wir mal es sind im ganzen zehn quest keine ahnung dass wir am anfang so die ersten drei vier quest bekommen dann so und dann noch mal so drei vier quest und die letzten zwei oder drei quest das ist das was in dem sind dann alles noch mal vielleicht sogar auf den kopf stellt und das erfahren wir eben erst weil sehr spät einloggen wenn wir jetzt kein großer classic fan sind anders gesagt natürlich ist classic mein hauptspiel aber für die story möchte ich definitiv einloggen möchten das definitiv anschauen und das ist auch der grund warum ich nichts dazu lesen werde wirklich gar nichts dazu alles werde ich ignorieren ich will das vorher selbst spielen ich will komplett ohne informationen mir diese story angucken diese questline und ich bin einfach gespannt vielleicht mal ist sogar reaction videos dazu dass ich das in dem sind gar live im video oder im stream spiele und wirklich von nichts eine ahnung habe und dann vielleicht sogar wirklich komplett überrascht bin und einfach mega gehypt bin wie sie es halt umsetzen das ist natürlich die frage die man nicht beantworten kann aber das kann eben dem sinne in diesem sinne eben ganz gut stattfinden man weiß es halt nicht genau aber das ist in dem sinne der eine punkt das also patch 8.2.5 jetzt denke ich mal so nach und nach das ende der kriegskampagne einleiten wird und jetzt kommen wir zu dem punkt was kann denn eigentlich passieren da habe ich mir jetzt auch ein paar gedanken drungen macht ich habe mir ein video von wenn die u angehört also ein podcast und der meinte eben auch ja es gibt eben mehrere szenarien und auch gestern kraft bei der wo also bei der wo w nacht hat das ähnliches also etwas ähnliches gesagt natürlich kennen wir alle jetzt die leaks man muss nicht mehr wirklich darauf eingehen jeder wird es wissen rund um stormwind richtung richtung shadowlands und wenn das so stimmt mit 8.3 wovon ich immer noch nicht so ganz ausgehe aber sagen wir mal das würde stimmen dann muss wahrscheinlich ein patch 8.3 schon ein zustand vorhanden sein dass eigentlich diese diese angriff und stormwind bzw dass wir in dem sinne stormwind wieder zurück erobern das muss in dem sinne ein langer geplanter angriff sein oder ein eine aktion oder wie auch immer eine militärische übung oder ausführung das heißt alles muss vorher stattgefunden haben und das würde genau das in dem sinne unterstreichen was ich nämlich gesagt habe dass nämlich wir in den nächsten wochen die kriegskampagne in der form beenden und dass das ende der kriegskampagne letztlich den angriff auf stormwind durch syvanas bedeutet es gibt ja auch immer noch diesen hinweis das habe ich auch von wenn in eu gestern aus dem video das ist also nicht mein mein eigenes dazu tun ich habe das zwar schon mal gehört aber mich hat es erst vergessen und es gibt ja immer auch hier wer das jetzt gerade im video schaut oder eben hinter auf soundcloud aber da wird man es auch verstehen in der schare gibt es ja in bfa gibt es diese insel und dort steht eine ganz große rakete oder kanone oder was auch immer und es hieß immer dass diese kanone abgeschossen werden wird und ich kann mir halt vorstellen dass genau das der fall sein wird dass syvanas in dem sinne einfach die atomrakete startet so rachial sich das auch anhören mag und damit stormwind in dem sinne angreift das ganze wiederum aber verschleiert indem sie erst mal thunder bluff also sprich donnerfels glaube ich im deutschen beziehungsweise hier mulgor dass sie mulgor angreift dass hier in dem sinne der angriff stattfindet alle sind jetzt auf mulgor konzentriert schließlich wurde das ja im cinematic schon gesagt dass das wohl so der plan ist und davon ist jana ja und strall die sind das schon von ausgegangen schon zu patch 8.2 dass sie also in dem sinne abgelenkt sind in dem sinne wo sie gerade abgelenkt sind dann heißt es okay die fokussieren sich gerade alle auf thunder bluff schießt die kanone ab die kanone wird abgeschossen was auch immer das ist eine rakete wie auch immer trifft stormwind und danach in dem sinne werden die die truppen verlagert also ja hat sie hat einfach eine große streitmacht die sowieso schon so positioniert worden ist und dieser ganz große knall passiert in dem sinne das heißt syvanas macht etwas was man auch wenn man shadowlands diesen shadowlands league kennt was trotzdem einfach für auch uns die ja nicht genau wissen worum es jetzt letztlich gehen wird einfach ein unfassbares fiasko bedeutet und dadurch in dem sinne kommt es zum angriff auf stormwind wir sind jetzt irgendwie in mulgor beschäftigt vielleicht sogar auch in durotha je nachdem wir haben also da genug zu tun sie hat die zeit diese kanone abschießen zu lassen und die allianz ist jetzt komplett in dem sinne ja komplett zermürbt weil sie nicht weiß was jetzt genau passiert so und ich denke mal dass das in dem sinne das offizielle ende der kriegskampagne ist weil ab diesem zeitpunkt spätestens jetzt egal was syvanas machen wird es wird so schlimm sein dass alle großen auch horden anführer sich zusammenschließen werden mit der allianz dass man syvanas stürzen muss und das wiederum wird ihr plan sein dass in dem sinne wenn das mit dem 8.3 league so stimmt dass sie jetzt davon ausgeht dass wir weil sie sowas schlimmes in dem sinne angerichtet hat dass wir als spieler natürlich gibt es immer noch leute die auch in dem sinne auch die story von syvanas immer noch kritisch sehen und sie eigentlich nicht in richtung gar nicht 2.0 in dem sinne sehen wollen aber dass wir trotzdem jetzt einfach sagen so egal was ist ich stand immer zu syvanas das ist in dem sinne zu viel du hast schon tell 3 abgefackelt aber das ist jetzt in dem sinne das ist der eine schritt zu viel dass es diese red line die über über ja die überschritten worden ist und das genau diese diese tragödie dass syvanas in dem sinne gerade wenn shadowlands stimmt dass sie etwas macht was man in dem sinne erst viel viel später verstehen wird warum sie das macht wovon ich da immer noch nicht wirklich ausgehe aber sagen wir mal das stimmt dass also alles so schlimm passt also so schlimm läuft so schlimm verläuft dass syvanas jetzt einfach in anführungsstrichen nur noch das pure böse ist und dass ihre herrschaft jetzt beendet werden muss und sagen wir mal es stimmt dass sie wirklich storm und einnimmt dann ist patch 8.3 darauf ausgelegt dass wir in dem sinne storm und zurückerobern und zwar gemeinsam auf der anderen seite ergibt das wiederum relativ wenig sinn denn wenn es stimmt was dieser storm und league ja ausmacht wird das ja bedeuten warum sollten dann die allianz anführer zusammen mit den horden anführern wenn sie doch zusammen kämpfen in richtung syvanas warum sollte dann wiederum es als teil der horde zum beispiel sein also der horden seite dass wir dann wiederum die allianz charaktere wie zum beispiel anduin bekämpfen ja anduin soll dann irgendwie kompiert worden sein durch den source aber das ist alles trotzdem sehr sehr merkwürdig von daher muss patch 8.2.5 und das ist das interessante daran muss etwas leisten dass wir als spieler und das ist teilweise jetzt schon so verwirrend irgendwie jetzt verstehen warum das der ausgang für bfa sein muss es muss etwas passieren was jeden in anführungsstrichen überzeugt dass das das richtige ist was wir tun und dass syvanas einfach gestoppt werden muss egal ob ihre ihre eigentliche linie ja ihr eigentliches ziel obwohl das auch wenn das vielleicht irgendwie auch auf nur auf lange sicht irgendwie sinn ergibt aber für uns in dem moment gilt einfach nur dass syvanas gestoppt werden muss und das ist eben die große frage und patch 8.2.5 muss eben etwas leisten was bfa ich finde in 8.2 ganz gut hinbekommen hat was die story angeht aber es ist eben immer noch ein großes fragezeichen sie müssen meiner nachher jetzt einfach diesen einen story strang rund um aschara und alte götter komplett beenden das thema muss durch sein bis zur expansion weil sagen wir bis zum pre patch und ab jetzt gilt nur noch alles muss darauf ausgerichtet sein dass syvanas gestürzt wird und dann gehe ich davon aus dass der neue warchief letztlich dann eben auch im bayern bladhoof wird und das ist eben die große frage schaffen sie das mit patch 8.2.5 das ist ja eigentlich ein kleiner patch aber von der lore her von der story bedeutung her muss der so groß ausfallen dass wir als zuschauer das nachempfinden nachempfinden können dass wir wirklich darüber nicht nur informiert sind sondern dass wir verstehen dass wir in dem sinne dass wir das auch wirklich nachvollziehen können dass das wirklich jetzt von syvanas dieser eine schritt zu weit war und dass jetzt alles darauf ausgelegt sein muss wahrscheinlich in zusammenarbeit mit der allianz dass sie gestoppt wird und deswegen muss patch 8.2.5 liefern sie müssen eine story bieten sie müssen einen story verlauf anbieten den auch der letzte der noch kritisch der story gegenüber war oder dem story verlauf dass auch der letzte das irgendwie nachvollziehen kann dass der auch der letzte so sagen kann okay ich bin dabei in dem sinne ich ich stand immer zu syvanas aber ab jetzt geht es nicht mehr ab jetzt müssen wir zusammenarbeiten und da bin ich halt gespannt und deswegen glaube ich auch dass vor allem hier dieses 6 minuten cinematic am ende eben diesen großen reveal bringen wird ich kann mir vorstellen dass wir in dieser cinematic genau das zu gesicht bekommen was ich angesprochen habe dass da nämlich innerhalb der cinematic alles auf mulgok fokussiert ist vielleicht sogar auf durotar oder wochema also sprich die ganzen horde gebiete überall findet in dem sinne gibt es angriffe durch syvanas truppen oder wie auch immer durch die dark rangers und genau in dem moment wo wirklich jeder darauf ausgelegt ist und jeder schaut nur darauf in dem moment sieht man syvanas wie sie zu ihren untergeben in dem sinne geht und sagt sagt im motto schießt sie ab und dann siehst du halt einfach nur am anfang weißt du nicht genau was das ist und dann geht die kamera wenn man wenn man so möchte ein stück zurück und du verstehst okay das ist genau diese plattform in ashara und das ist diese kanone oder rakete und genau in diesem moment wird die rakete abgeschossen und du siehst in den letzten shot dieses 6 minuten cinematics einfach nur wie die rakete im anflug auf starmund ist und dann ist ende das wäre für mich das perfekte die perfekte möglichkeit wie man die story wirklich ja auf einen peak bringt dass ab jetzt genau diese red line eben überschritten worden ist und das ab jetzt alles darauf ausgerichtet sein muss dass syvanas gestürzt wird das fände ich wirklich genial und deswegen muss blizzard es hinbekommen weil sie es jetzt schon so geheim halten dass sie uns einfach überraschen ich glaube dass genau das passieren wird gleich wird es auch was anderes geben aber das wäre das was am meisten sinn ergeben würde weil was soll syvanas noch machen was noch schlimmer ist als telrasil das ist meiner meinung nach einfach ein eine aktion die so moralisch verwerflich ist dass einfach es keine in keinster weise irgendwie erläuterung oder begründung oder in keinster weise ein verständnis aufkommen kann und das auch wir als spieler in dem sinne jetzt einfach keine andere wahl mehr haben und da kann man natürlich sagen ja aber das was sie dann macht das ist ja so wie garash weil garash hat ja am ende auch ganz schlimme dinge vollzogen der unterschied ist garash war ja zum großteil durch das herz von jascha rasch eben auch in gewisser weise beeinflusst syvanas selbst wird nicht von den alten göttern beeinflusst sein da bin ich immer noch von überzeugt von daher ist das in der form so nicht verständlich natürlich wenn das stimmt mit den leaks bedeutet das dass sie das alles macht damit am ende alle wichtigen npcs und wir auch als spieler in dem sinne alle tot sind damit wir in den shallow lines aufwachen wahrscheinlich im prepatch schätze ich mal dass wir dann oder zumindest ja prepatch wird schwierig aber auf jeden fall im addon selbst und das dann in dem sinne die story voranschreiten kann die frage ist natürlich ob die leaks letztlich stimmen wenn die leaks gar nicht stimmen dann ist das alles blödsinn aber ich glaube schon dass die leaks zu einem großteil stimmen und deswegen wird patch 8.2.5 glaube ich genau diese krasse aktion bringen die auch den letzten davon überzeugen wird oder da ja dazu veranlassen wird das gegen sylvanas vorgegangen werden muss von daher freue ich mich drauf und ich bin wirklich gespannt wie sie es umsetzen ich glaube einfach dass wir das mit den cinematics letztlich auch gut verstehen können und sechs minuten cinematics sagen wir mal in der form wie nach der befreiung von bane bladhoof also in der qualität mit jana mit srall mit lord thema mit wem auch immer das muss einfach so gut werden also ich freue mich da wirklich sehr drauf und das ist der ganz ganz große vorteil den bfa für mich immer noch hat auch wenn das gameplay vielleicht für den einen anderen vielleicht zu nervig ist und der grind und was auch immer die story ist das absolute nonplus ultra meiner meinung nach was retail anbelangt und ich glaube einfach dass sie mit dem nächsten addon die story als auch das gameplay wieder wieder verbessern können und von daher warten wir einfach mal ab es ist aber eines ist klar blizzard hat verstanden dass dieses data mining der story einfach vieles in diesem auch kaputt macht weil ich glaube einfach dass ihnen jetzt auch bewusst geworden ist durch die leaks okay leaks wenn die mitarbeiter was weiter geben dann wird es schwierig aber wenn sie selbst diese dateien zur verfügung stellen und in jenem patch rauskommt so und so kann das ausgehen warum sollen dann einige leute oder warum sollen einige spieler zum beispiel jetzt von classic bei retail überhaupt einloggen also von classic aus wenn sie das alles auf wow hat nachlesen können ja wenn es in dem sinne innerhalb des spiels schon drin ist dann ist es klar weil dann kannst du es dir auch als zusammenfassung durchlesen aber wenn man das überhaupt nicht weiß so ist glaube ich der anreiz viel größer dass man so wie ich zum beispiel den nächsten mittwoch einlogge oder ein dass man einloggt und dass man sich das in dem sinne selbst anschauen möchte und dass man auch selbst so ein bisschen so sein eigenes bild in dem sinne ähm erstellt und eben nicht nur auf hören sagen und so weiter aus ist weil die letzten wochen waren eigentlich geprägt was bfa angeht zum einen durch den shadowlands league und zum anderen zum anderen eben durch den league im hinblick auf stormwind also patch 8.3 aber innerhalb des spiels abseits von den haupt gameplay mechaniken war storymäßig einfach nichts los deswegen war auch diese war auch diese 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 lange ich weiß auch nicht was genau da passiert ist ich glaube immer noch dass irgendwie im großen ganzen da was schief gegangen ist und einfach die gesamte planung durch patch 8.2 verschoben worden ist aber das ist anders für ein anderes video von daher irgendwie ist das alles verschoben worden verlängert worden ähm ich weiß nicht genau was passiert ist auf jeden fall haben wir jetzt sehr lange gewartet und patch 8.2 ist auch schon lange vorbei jetzt und wir wollen jetzt einfach wissen wie es mit der story weiter geht und deswegen wird eben der nächste dienstjahr beziehungsweise mittwoch so interessant und ich werde trotzdem versuchen vor mittwoch mir nichts storymäßig anzugucken dass ich einfach selbst in dieser spiele und ich bin gespannt ob ich am ende recht habe dass wir in der end cinematic der offiziellen beendigung der kriegskampagne dass wir genau das sehen dass die rakete abgeschossen wird dieser hinweis von grain beziehungsweise andy gestern mal wenn in eu in seinem podcast und ich hatte ja auch schon vor einiger zeit darüber nachgedacht stimmt man aber nach das wäre genau dieser eine schritt zu viel das wäre diese eine aktion von sylvanas zu viel die in dem sind alles über den haufen wirft und auch wenn die allianz und die horde jetzt schon die also die anführer jetzt schon zusammenarbeiten ab diesem zeitpunkt geht es nicht mehr anders da kann man nur noch in dem sind gemeinsam dagegen vorgehen aber trotzdem muss noch etwas passieren dass wenn storm und dieser storm und league stimmt das ist trotzdem irgendwie noch auch zu den kämpfen innerhalb von storm und allianz gegen horde letztlich kommen kann und eben dann auch in dem endkampf nämlich horde gegen allianz an sich ich bin gespannt das was dazu also patch 8.2.5 mein halb ist groß ich freue mich da sehr drauf ich will auf jeden fall videos machen auch so ein podcast natürlich ist ja klar ich habe jetzt auch schon mehrere spezialausgaben in dem sind angeboten und ich bin gespannt ob sie mich also erstens bin ich gespannt ob sie wirklich die story in dem sind noch mal gaten dass sie wirklich so nach und nach die story erst preis geben und das zum einen und da bin ich eben gespannt ob sie mich damit dem so noch mal wirklich komplett überraschen können dass etwas passiert was keiner auch nicht auf youtube und auch kein pyromancer oder kein kein tell yes sind dass keiner in der form so erwartet hat und das vielleicht sogar auch konträr den möglichen leagues entgegen steht das wäre interessant also das wäre super interessant wenn am ende einfach diese storm und liegt nicht stimmen würde wir aber davon so krass ausgegangen sind und es letztlich aber komplett anders kommt und pet 8.2.5 in dem sind jeden aber wirklich jeden content creator auch auf youtube letztlich noch mal überraschen wird deswegen freue ich mich einfach extrem auf nächste woche und bin gespannt ob hat 8.2.5 noch mal genau eben diesen riesigen überraschungshit eben mit sich bringen kann und auf gameplay wise finde ich es nicht so interessant also ich log da vor allem nur wegen der story dann ein und schaue einfach mal was da auch dazu kommt und vielleicht schaffen sie es ja wirklich dass sie einfach auch diesen hype jetzt auch im hinblick auf patch 8.3 eben wieder entfachen weil das ist das möchte auch noch in einem anderen video sagen in einem anderen podcast aber es ist halt so dass man jetzt schon merkt dass vielen jetzt schon classic einfach zu viel wird und ich glaube trotzdem dass aber viele die jetzt sagen oh irgendwie ist mir classic dann doch irgendwie zu anstrengend dass sie trotzdem jetzt wieder dadurch ein bisschen mehr im hinblick auf die lore also wieder ein bisschen mehr lust auf die lore bekommen und dass dann halt patch 8.2.5 auch so was wie wieder so wieder wie die öffnung darstellen kann dass in dem sind auch die begeisterung im hinblick auf 8.3 und natürlich auch im hinblick auf möglich shadowlands eben aufkommen kann damit ich super gespannt von daher auch wenn das ein kleiner patch ist und eigentlich ein patch mit dem man ja die man eigentlich nicht braucht für die story wird dieser patch vielleicht sogar essentiell weil sich hier in dem sind die story letztlich was die das ende von bfa angeht nach und nach entwickeln wird und vielleicht werden wir am ende alle da stehen und da sitzen denken holy fakt das habe ich noch nie gehört das hat blizzard komplett anders umgesetzt und jetzt stehen wir da und wissen nicht was passiert aber ich bleibe dabei ich bin davon überzeugt in der end cinematic von patch 8.2.5 werden wir sehen wie die rakete fliegt und wie der angriff auf stormwind passiert oder zumindest fast geschehen ist macht es gut bis zu einem nächsten video ciao